In längst vergangener Zeit, an einem weit entfernten Ort, lebte einst ein Kyuubi. Er hatte ein total beschauliches Leben, im Sonnenschein verbrachte er die Tage, er liebte Leberwurstbrote und chillte im Garten. Eine ganze Zeit lang lebte er dort so vor sich hin, züchtete ein paar Schäfchen, ein paar Ziegen, bis eines Tages eine Frau vorbeikam. Ja, da hört ihr jetzt schon der Wahnsinn, denn Kyuubi war verliebt. Er saß dort auf seiner Bank im Sonnenschein mit seinem Leberwurstbrötchen in der Hand und genotzt den Tag, aber plötzlich fiel ihm das Leberwurstbrötchen runter und er starrte sie an. Sie sah wunderschön aus, sie lächelte ihn an, hey Kyuubi, und ging vorbei. Kyuubi chillte dort, wusste nicht, was er sagen sollte, stammelte ein bisschen was wie, ha, ha, hallo? Sie grinste, lief ein bisschen rot an und ging weiter. Kyuubi vergaß diesen Tag nie wieder. Und während er dort saß, an einem weiteren Tag zu Regen und seine Rosenkohlsuppe aß, hatte er dieses dringende Gefühl, sie wiederzusehen. Dieser Wunsch, dieses, oh Gott, diese wunderschöne junge Dame, ob sie jemals wieder vorbeikommen wird. Und ob sie jemals wieder, hi Kyuubi, sagen wird, niemand weiß es. Und wir werden es auch dieses Mal noch nicht erfahren. Denn wie Kyuubis Schicksal weitergeht, das hören sie in einer anderen Geschichte.